Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, allen geht's gut. Ihr seid gut in den Tag gestartet. Erstmal einen guten Start ins Wochenende wünsche ich euch nochmal. Ansonsten nicht viel passiert. Wir traden momentan bei ungefähr 39.000 US-Dollar. Weiterhin hält unsere 12 Stunden die Mahnzone hier relativ gut. Wir sind zwar hier immer noch in dieser Zone drin, also immer wieder angetestet. Ist natürlich erstmal nicht gut, weil umso öfter wir diese Zone hier antesten, desto schwächer wird sie natürlich. Genauso nach oben hin. Denn umso öfter wir hier diese Zone natürlich antesten würden bei ungefähr 42.000 US-Dollar. Jetzt so schwächer wird sie. Deswegen bin ich noch ein bisschen skeptisch. Aber gut, wir haben Wochenende. Wochenende sowieso. Am besten Finger weg von Trades, beziehungsweise wirklich, wirklich vorsichtig sein. Wir haben abfallendes Volumen. Wir haben ein CME-Gap, was hier ungefähr drin liegen müsste. Ronny hat es noch nicht in Telegram-Gruppe gepostet, würde aber bestimmt später noch machen. Ansonsten lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und vielleicht die Glocke, wobei YouTube momentan anscheinend ein bisschen spinnt. Gut, aber egal. Ansonsten, wie gesagt, momentan bei ungefähr 39.000 US-Dollar. Wir haben es ja gestern schon besprochen. Wir werden den Fokus heute mal ein bisschen mehr auf Altcoins legen. Da ist ein bisschen mehr zu besprechen, dass wir hier einfach weiterhin in unserem Symmetrical Triangle drin sind. Also wir könnten hier einfach noch ein bisschen konsolidieren über das Wochenende. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt, weil im Breakout am Wochenende halte ich ehrlich gesagt nicht so viel davon. Und dann vielleicht in der neuen Woche wirklich über diesen Monats-Pivot kommen. Der 200er SMA liegt hier nämlich auch schon in der Nähe. Das heißt, auch hier dicke, dicke Widerstände. Wir brauchen da auf jeden Fall einen impulsiven Move nach oben. Nächste Woche ist da noch Fettsitzung, Zweckszinserhöhung und sowas, ob da noch irgendwelche Überraschungen kommen. Ansonsten wäre es natürlich wünschenswert, nach oben hin auszubrechen. Dann wirklich mit ansteigendem Volumen, impulsiven Move. Ansonsten nach unten hin haben wir dann erstmal Support, sag ich mal, in dem Bereich um 36.000 US-Dollar. Meine Long läuft weiterhin. Stop-Loss ist immer noch hier drunter. Also wurde noch nicht gehittet. Ich lasse sie auch erstmal noch offen. Ist aber auch, wie gesagt, weiterhin eine kleine Position. Einfach um zu gucken, wie sich der Markt weiterhin entwickelt. Gut. Mehr gibt es, wie gesagt, momentan bei Bitcoin wenig zu sagen. Die Longs, also nochmal ein kleines Update. Die Bitcoin Longs nehmen weiterhin zu. Die Bitcoin Shorts haben auch ordentlich zugenommen. Wobei da auch schon wieder vermutet wird, das ist dann eher so ein Hedge gegenüber den Longs. Dass die Longs ein bisschen abgesichert sind, sollten wir runtergehen, dass die dann ihre Shorts noch ein bisschen auffüllen. Kann man ja beides machen. Long Short gleichzeitig einfach eröffnen und gut ist. Also keine Ahnung, ich würde da jetzt erstmal noch nicht so viel Wert drauf legen. Weil wenn man sich die Shorts ein bisschen anguckt, da können wir uns morgen gerne nochmal ein bisschen genauer drüber angucken. So explizit sind die jetzt auch nicht gestiegen. Also im Vergleich zu anderen Wochen oder sowas. Deswegen würde ich das erstmal momentan nicht so hoch gewichten. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an ein bisschen mit Altcoins. Ethereum auch weiterhin wenig. Das ist ja noch von gestern das. Wir sind auch weiterhin hier in einem Symmetrical Triangle. Wir bouncen hier um dieses kleine Golden Pocket herum immer noch. Also wir haben hier relativ guten Support. Volumen, wie gesagt, ist weiterhin einfach Mangelware. Sieht man hier auch. Volumen deutlich abnimmt. Wochenende, vier Stunden E-Mail-Ribbons über uns. Also auch hier fehlt uns einfach der Impuls, sage ich mal. Und was wir ja gestern schon im Video angedeutet haben. Das Symmetrical Triangle. Wir haben hier noch viel, viel mehr Luft als bei Bitcoin. Also Bitcoin wird wahrscheinlich viel, viel früher ausbrechen, als Ethereum bei Ethereum dann einfach nachziehen wird. Aber auch hier wenig Änderung. Auch hier in so einer kleinen Demandzone haben wir ja auch immer wieder Support und sind öfters mal reingegangen. Aber wie gesagt, Wochenende wenig zu tun. Gut, schauen wir uns Cardano an. Cardano auch seitwärts vier Stunden E-Mail-Ribbons als Widerstand. Auch hier kein wirklicher impulsiver Move momentan. Was wir im Livestream angesprochen haben, was mich ein bisschen bullischer stimmt, jetzt für die nächsten Wochen vielleicht. Die Abverkäufe haben radikal abgenommen. Also man sieht hier immer radikaler Abverkauf, Konsolidierung, nächster radikaler Abverkauf. Dann diese Dumps werden immer, immer kleiner. Das ist für mich eher so ein Zeichen. Okay, Cardano könnte sich jetzt langsam hier in diesem Bereich um 0,80 Dollar auf jeden Fall erstmal stabilisieren. Und sich dann vielleicht wirklich auf einen Breakout vorbereiten. Wir haben zwar noch den S1 im Bereich der 0,72 Dollar. Also das ist momentan so mein Worst-Case-Verfahren, dass wir hier nochmal auf jeden Fall in diesen Bereich kommen könnten. Ansonsten könnte Cardano jetzt langsam mal hier eine Trendwende hinlegen, sobald wir hier wirklich mehr Kaufvolumen reinkriegen. Gut, dann das Wichtigste. XRP, XRP mit einem geilen Breakout gestern. Ich habe es ja gestern noch in Telegram-Gruppe gepostet. Wir haben ordentlich Kaufvolumen. Nicht nur auf dem 4-Stunden-Chart, auch auf dem 1-Stunden-Chart. Ordentlich Volumen reinbekommen. Habe ich ja gestern schon gesagt, es wäre extrem wichtig. Der RSI musste passen. Wir haben in 1-Stunden-Chart ein RSI um die 50 gehabt. Also viel, viel besser als beim letzten Breakout-Versuch. Dieses Fakeout hier, wo ich gesagt habe, ne, hier gehe ich nicht rein. Habe ja dann eine Long-Position offen gehabt bei 0,73 Dollar. Die habe ich dann in diesem Bereich bei 0,80 Dollar gestern Abend. 50% raus. Rest ist Stop-Loss-Entry, beziehungsweise mittlerweile im Gewinn einfach gezogen. Nächste Möglichkeit wäre dann, sage ich mal, hier dieser Bereich. 200er SMA, Monats-Pivot und die Ribbons. Und die Ribbons liegen momentan genau hier am Breakout-Punkt. Das heißt, ich würde jetzt momentan in keine Long-Position reinbrechen. Wir haben zwar ein technisches Preisziel, sage ich mal, von ungefähr 1,05 Dollar. Ob wir das wirklich erreichen, ist halt fraglich. Ich bin da weiterhin noch ein bisschen vorsichtig unterwegs. Für mich erster oder nächster Step, wo ich dann größere Profite nehmen würde, wäre bei 0,94 Dollar hier am Monats R1. Ansonsten Glückwunsch, wer diesen Trade auf jeden Fall mitgenommen hat. Das war ein Breakout, was wir sehen wollen. Impulsiver Move, Volumen. Auch die Folgekerze auch nochmal deutlich viel, viel mehr Volumen. Was man einfach sehen will bei so einem Breakout. Jetzt natürlich Wochenende. Also ich kann mir gut und gerne vorstellen, dass wir wirklich eventuell noch einen Retest kriegen. Oder zumindest hier auf dem Monats-Pivot bei 0,76 Dollar kommen. Und da dann nochmal einen Retest sehen, vielleicht ein bisschen konsolidieren. Und dann hier wirklich die Reise nach oben hin fortsetzen. 1,05 Dollar würde ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht ausrufen. Ist mir ein bisschen zu bullish dann wiederum. Für die News, die dann gestern kamen, dass Gericht irgendeine, was weiß ich, Klage abgewiesen hat oder sowas. Es ist noch nicht raus, ob die SEC jetzt endgültig verloren hat. Aber die Zeichen deuten darauf hin. Deswegen gab es dann auch gestern diesen Push auf ungefähr 0,85 Dollar. Also ordentlicher Move auf jeden Fall. Mit dem ansteigenden Volumen war das hier ein Move von knapp 15 Prozent. Also Glückwunsch echt, wer es mitgenommen hat, Bombe. Wie gesagt, nächster Entry wäre dann für mich hier unten in dieser Region, wo ich dann eventuell meine Position dann auch nochmal vergrößern würde. Und dann den Rest wahrscheinlich zu 75 Prozent dann hier oben rausgehen würde. Alles, was da drüber kommt, kann man dann laufen lassen. Aber wichtig sind die Gewinne, dass man einfach nicht mit einem Verlust aus diesem Trade rausgeht. Und sonst läuft es Bombe. Gut, dann schauen wir uns noch Polkadot an. Oh ne, nicht Doge, ich will Polkadot. Da habe ich mich jetzt ein bisschen verrutscht. So, da, Polkadot. Auch Ausbruch aus dem Symmetrical Triangle haben wir gestern eine Analyse bei CryptoGuru rausgehauen. Schönes Breakout auch hier, wir sind ausgebrochen. Volumen, wir hatten dann den Retest. Retest war sogar deutlich höheres Verkaufsvolumen, aber die Folgekerze. Und das ist immer das Wichtigste, dass die Folgekerze höheres Volumen hat als die Ausbruchskerze. Das hatten wir und deswegen hier erstmal ein Validerausbruch. Erst einmal. Wir haben jetzt eine kleine 4 Stunden Bearish Divergence auf dem 4 Stunden Chart. Gut, wir haben Wochenende. Wir haben den 200er SMA, 200er EMA. Wir haben den RSI bei ungefähr 60. Das ist schon wieder eher so ein Anzeichen, Polkadot ein bisschen eher wieder zu shorten. Ihr kennt es, 200er SMA, RSI auf dem 4 Stunden Chart über 60. Ist dann eher wieder so ein Anzeichen, dass wir doch nochmal runtergehen könnten, nochmal ein bisschen konsolidieren. Vielleicht nochmal um den Breakoutpunkt oder die 4 Stunden EMA Rhythms antesten, um diesen Abtrend weiterhin zu bestätigen. Und dann mit neuen Schwung über den Pivot, über den 200er SMA. Und dann, sag ich mal, haben wir erstmal Preisziele von ungefähr 20,50 US-Dollar. Und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Und dann schauen wir uns noch ganz zum Schluss Luna an. Luna, Doppeltop gebildet. Wir haben leider kein höheres Hoch gekriegt. Das wäre vielleicht sogar eine Möglichkeit zu shorten gewesen. Trotzdem, Finger weg vom Shorten bei Luna. Wir kommen langsam hier in meine Kaufzone rein. Wir sind unter die 4 Stunden EMA Rhythms momentan gefallen. Kommen jetzt langsam in diese Kaufzone rein. Also 86 bis ungefähr, ich sag mal, 83 US-Dollar. Die nächste Zone würde dann hier unten bei 80 US-Dollar liegen. Wäre jetzt mein Plan, eventuell hier eine mögliche Long aufzubauen. Wir müssen natürlich weiterhin, also behaltet einfach weiterhin Bitcoin im Auge. Wenn wir jetzt bei Bitcoin doch nochmal tiefer fallen in den Bereich von 36k, was ja momentan eher noch ein bisschen unwahrscheinlich ist, dann würde ich auch hier in Richtung Monats-Pivot eher schielen. Ansonsten diese 4 Stunden Demand, um diesen Pump einfach wieder dieses Void aufzufüllen. Wäre es ganz gut, in diese Zone reinzukommen. Mal kurz bildlich dargestellt, in diese Zone rein und dann mit erneutem Ausbruchsvolumen, sag ich mal, neues Old-Time-Hyper ungefähr 108 US-Dollar. Da hätten wir den Monats-R1-Pivot erst einmal abgearbeitet. Das sind eigentlich einfach so die Monatswiderstände bzw. Supportstände, die werden gut und gerne immer angetestet. Wäre so das übergeordnete Ziel, das habe ich ja schon vor ein paar Tagen immer wieder gesagt. Rücksetzer, nächstes Leck ab nach oben und dann aber muss auch wieder das Volumen passen. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns noch ganz kurz die News an. Charles Hoskinson von Cardano in der Kritik. Ja, da gehen ja auch wieder so ein paar Sachen rum, Cardano. Aber gut, ich habe es trotzdem in meinem HODL-Portfolio. Ansonsten, Link werde ich euch später noch in die Telegram-Gruppe posten. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Ansonsten, schönes sonniges Wochenende. Genießt ein bisschen das Wetter, kommt ein bisschen runter. Wir hören uns morgen wieder und wie immer, stay crypto.